Jamie Fox über mysteriöse Krankheit Ich war 20 Tage weg Der Schauspieler Jamie Fox hat kürzlich über eine mysteriöse Krankheit gesprochen, die ihn für 20 Tage außer Gefecht gesetzt hat. Er teilte mit, dass er plötzlich starke Schmerzen im Körper verspürte und nicht mehr in der Lage war, zu arbeiten oder sich zu bewegen. Fox erklärte, dass er sich in dieser Zeit völlig hilflos fühlte und nicht wusste, was mit ihm los war. Nach zahlreichen Arztbesuchen konnte schließlich eine Diagnose gestellt werden, die es ihm ermöglichte, die richtige Behandlung zu erhalten. Der Schauspieler betonte, wie wichtig es sei, auf seinen Körper zu hören und sich rechtzeitig medizinische Hilfe zu suchen. Er dankte außerdem den Ärzten und Pflegekräften, die ihm während seiner Krankheit geholfen haben. Nach seiner Genesung ist Jamie Fox nun wieder zurück im Rampenlicht und bereit, weiterhin seine Leidenschaft für die Schauspielerei zu verfolgen. Das war die Schauspieler betonte, weiterhin seine Leidenschaft für die Schauspielerei zu verfolgen.